Mein Name ist Nicole Roth. Das hier nennt mich der Schönox. Er ist 6. Er begleitet mich seit WELP, als ich ihn ausgebildet habe, als Trümmer-Suchhund bei Erdbeben. Das Ganze machen wir in unserer Freizeit, in einer freiwilligen Arbeit. Wir sind hier ZPS an der Zertifizierung der Rettungskette. Seine Aufgabe ist, lebende Personen zu suchen und zu finden und sie mit dem Bauern anzuzeigen. Ich glaube, die Nase des Hungs ist grundsätzlich unersetzlich. Der Hungs hat so eine Leistung mit der Nase, dass er keine Technik ersetzen kann.